Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ungebob Simulator 2. Ja, in der letzten Folge sind wir ja mit den 141 von Wasserwerk nach Hanneberg gefahren. Und zwar den anderen Hanneberg. Und heute fahren wir auf die Linie Strecke wieder zurück, weil er normal in drei Minuten Abfahrt nochmal ist. Also jetzt gleich eine Minute. Ich würde sagen, wir fangen an zur Wenz. Die Dents in Relates. Hallo. Fuck, ich fahre gleich nochmal los. Freunde. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Laimavik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heerstraße 438 bis 446 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Seeburger Straße, Pervisiner Weg Pervisiner Weg Siegt Straße Pervisiner Weg 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 Perviserem Perviser Perviser Dafür kann ich ja nichts. Soll es noch ein? Vielen Dank. Brunsbüttler Damm, Hohlebener Straße. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. S-U-Bahnhof Rathaus Spandau. S-U-Bahnhof Rathaus Spandau. S-U-Bahnhof Rathaus Spandau. S-U-Bahnhof Rathaus Spandau. Moritzstraße. Rathaus Spandau. Rathaus Spandau. S-U-Bahnhof 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 Rathaus Spandau. Rathaus Spandau. S-U-Bahnhof 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 Rathaus Spandau. So, angeschaltet. Ascania Ring Hohenzollernring Hohenzollernring Zeibrückerstraße Zeibrückerstraße Falkenseer Chaussee Zeppelinstraße Zeibrückerstraße Westerwaldstraße Zeibrückerstraße 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 Wasserwerkstraße 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und hier sind wir in der Station. Ja, das geht nicht anders. Das muss so stehen bleiben. So, und wie ihr hier seht, ist der nächste Endhaltesteller der Reimer Weg. Gut. Aber das war es übrigens für diese Folge. Und wir sehen uns in die nächste Folge wieder mit Let's Play. Und ich glaube, wir sehen uns in die nächsten Mal. Bis dann.